Learn and play! Allah abu wa ta'ala! Hei ya bin ya! Vorzüge des Gedenkens Allah azza wa jilzat Erstens, gedenkt meiner, so gedenke ich euer. Seid mir dankbar und seid nicht undankbar gegen mich. Zweitens, oh, die ihr glaubt, gedenkt Allahs in häufigen Gedenken. Zweitens, und Allahs viel gedenkende Männer und gedenkende Frauen. Für alle, sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet.